Herzlich Willkommen auf der Solar Solutions in Düsseldorf. Ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick über unser ausgestelltes Portfolio, was wir Ihnen präsentieren dürfen. Hier auf dieser Seite die Modulwand mit dem Portfolio der Module, die wir letztendlich führen. Hier drüben Speicherlösungen mit Enphase als Neuprodukt und auf der rechten Seite SolarEdge. Gegenüberliegend letztendlich Gewerbelösungen mit einem größeren Gewerbespeicher von Huawei mit 30 kW und der Smart 1 Energy Management System Lösung. Hier an der Wand finden sich unser eigenes Management System von Sonic sowie SolarLock. Auf dieser Seite die E-Mobility Wand mit den Wallboxen, einmal mit der Neuerung von Huawei mit der neuen Wallbox, genauso wie mit der Alphen Wallbox, die die Benelux-Kollegen letztendlich einsetzen. Und hier drüben noch ein kleiner Überblick letztendlich über PV und Wärme mit dem Fronius Ohm Pilot, mit der SolarEx-Lösung und mit IPV. Und hier drüben letztendlich einmal eine Auswahl aus unserem Portfolio bezüglich Wechselrichter, Hybriden, SMA, Kostal und mit dem neuen Produkt GoodWi. Genauso mit den Batteriemöglichkeiten aus unserem Portfolio, auch mit der neuen Pylon Tech-Batterie, die mit GoodWi kompatibel ist. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf der Messe besuchen und freuen uns auf interessante Gespräche mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.